Hi, ich bin Raluca, ich bin 34 Jahre alt und ich bin Kosmetikberaterin. Ich habe mich für M1 entschieden, weil ich Lust habe für eine Veränderung und mich stören ein paar Stellen in meinem Gesicht. Nach der Behandlung hoffe ich, dass ich gut aussehe, selbst wenn ich schlechte Tage habe. Es war sehr gut, ich habe mich sehr wohl gefühlt, von Empfang bis zur Beratung bis zur Behandlung. Die Beratung mit den Ärzten war sehr ausführlich, es wurde mir alles geklärt. Selbst die Behandlung war es nicht so schmerzhaft, wie ich mir vorgestellt habe. Bei mir wurden die Nasolabialfalten aufgefüllt mit Hyaluronsäure. Die Nase wurde begradigt auch mit Hyaluronsäure und die Nasenspitze wurde angehoben. Meine Freunde waren am Anfang sehr gespannt, wie das alles aussehen wird. Nach der Behandlung kam den Wow-Effekt. Du siehst weicher, es passt alles zu dir, das war die richtige Behandlung für dich. Und ja, ich bin mega happy, bin zufrieden mit dem Ergebnis und ich werde immer wieder zu M1 kommen.